In die NATO hinein darf die Ukraine zwar noch nicht, aber ein bisschen NATO bekommt sie vielleicht trotzdem. Kiew beginnt Verhandlungen mit den USA über ein bilaterales Abkommen zu Sicherheitsgarantien. Andere Länder sollen folgen. Parallel dazu startet Saudi-Arabien am kommenden Wochenende Gespräche mit westlichen Staaten, wichtigen Schwellenländern und der Ukraine zur Vorbereitung einer internationalen Ukraine-Friedenskonferenz. Für die Menschen im Land selbst ist dieser Frieden allerdings weit entfernt. Zwei russische Raketen treffen dieses Wohnhaus in Kriverich. Mindestens fünf Menschen sterben, darunter eine Mutter und ihre zehnjährige Tochter. Dutzende Menschen werden verletzt. Viele können gerettet werden, andere bleiben fassungslos zurück. Zum Zeitpunkt der Explosion stand ich genau hier. Davor gab es schon eine Explosion und dann brannte es. Ich schloss automatisch die Augen. Hinter mir sprang die Tür auf und alles fiel zusammen. Ich bin sofort zu meiner Tochter gelaufen, um zu fragen, ob es ihr gut geht. Sie hatte sich zwar noch rechtzeitig vor der Explosion weggedreht, aber Glassplitter haben doch ihr Gesicht leicht verletzt. In der ebenfalls südukrainischen Stadt Kherson stirbt ein Mitarbeiter der Stadt durch russischen Artilleriebeschuss. Zwei seiner Kollegen werden verletzt. Die russischen Behörden melden ihrerseits zwei Tote durch ukrainischen Beschuss in der besetzten Stadt Danetsk. Ein Bus brennt aus. Die Fensterscheiben sind zersprungen und der Bus hat sofort Feuer gefangen. Die meisten Leute konnten sich durch die Vordertür in Sicherheit bringen. Eine Person ist tot, wahrscheinlich der Fahrer. Außerdem wirft Moskau der Ukraine weitere Drohnenangriffe im Grenzgebiet vor. Vor allem aber kündigt Moskau nach den jüngsten Attacken an, ukrainische Militäreinrichtungen noch intensiver anzugreifen. Am Sonntag waren im Moskauer Finanz- und Geschäftsviertel Drohnen und Trümmerteile eingeschlagen. Kiew bekennt sich offiziell nicht dazu, aber allmählich kehrt der Krieg auf das Territorium Russlands zurück, in seine symbolischen Zentren und Militärbasen, und das ist ein unvermeidbarer und absolut fairer Prozess. Die ukrainische Seite will sich offenbar am Wochenende mit den Sicherheitsberatern von Verbündeten in Saudi-Arabien treffen. Moskau ist nicht eingeladen. Russland wird dieses Treffen verfolgen. Es bleibt abzuwarten, welche Ziele gesetzt werden und worüber die Organisatoren sprechen wollen. In der vergangenen Woche hatten schon Vertreter afrikanischer Staaten bei Kreml-Chef Putin erneut für ihre Friedensinitiative geworben. Eine angekündigte Erklärung dazu liegt bis heute nicht vor. Matthias Bölinger, STW-Korrespondent in Kiew. Matthias, erst die Friedensinitiative afrikanischer Staaten, jetzt folgt Saudi-Arabien. Wie viel Hoffnung setzt die Ukraine da hinein? Also es gibt in der Ukraine wirklich kaum jemanden, der glaubt, dass in irgendeiner Weise irgendein Friedensprozess mit diesem russischen Regime möglich ist. Insofern setzt da niemand Hoffnungen rein und es macht auch keine großen Schlagzeilen hier. Im Gegenteil, viele sind der Überzeugung, dass ein Waffenstillstandsabkommen, das müsste ja jetzt zuerst kommen, bevor dann irgendwelche Friedensverhandlungen kämen, dass das im Moment der Ukraine mehr schaden würde als Nutzen in diesem Moment, weil Russland dann eben diese Territorien möglicherweise oder ein Teil davon oder was auch immer dann die Regelung wäre, behalten würde. Und man davon ausgeht, dass die das natürlich nutzen würden, um aufzurüsten. Und dann kommt der nächste Schlag, so wie das nach 2014, als ja die westlichen Regierungen, die internationale Gemeinschaft massiv auf die Ukraine Druck ausgeübt haben, da diesen Abkommen, diesen Minsker Abkommen zuzustimmen und damals vielleicht auch, weil die Ukraine in einer sehr viel schwächeren Position war. Aber aus der jetzigen Sicht ist die Vorstellung, dass man über einen solchen Prozess zu einem Frieden kommen kann, der gilt hier als hoffnungslos naiv. Nun soll dort unter anderem ja auch Zelenskys Friedensplan verhandelt werden, das heißt Rückgabe aller besetzten Gebiete. Und die Ukraine beteiligt sich ja an diesen Verhandlungen, die jetzt vorbereitet werden sollen in Jeddah. Also irgendwie nimmt man ja doch teil. Ja, ja, ja. Also man nimmt und bisher hat die Ukraine an allen Initiativen immer teilgenommen. Sie hat sich immer mit allen getroffen. Man will hier auch nicht den Eindruck erwecken, dass man hier irgendwie blockt oder dass man hier irgendwie nicht daran interessiert ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich hinter den Kulissen auch immer wieder aus solchen Gesprächen gewisse Lösungen für kleinere Probleme hervorgehen. Gefangenenaustausche finden ja statt. Die müssen ja vereinbart werden, sonst könnten die ja nicht stattfinden. Also es ist keine Verweigerungshaltung hier in der Ukraine. Nur wenn Sie nach einem Friedensplan fragen, da sind die Hoffnungen sehr gering. Man fühlt immer wieder vor, man hört immer wieder vor. Aber der Glaube, dass sich einfach nur mal beide zusammensetzen müssten, der ist nicht vorhanden. Gucken wir nochmal nach Moskau. Die ukrainischen, vermutlich ukrainischen Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt, machen die wirklich Sinn? Sie provozieren Russland ja in der Regel zu umso heftigeren Beschuss der Ukraine. Auch da gibt es Zweifel dran, weil zwar tatsächlich oft Beschuss folgt, der dann von Russland als Antwort ausgegeben wird. Aber man geht hier oft davon aus, dass dieser Beschuss so oder so geplant gewesen sei oder so oder so kommen würde. Denn Russland beschießt ja durchaus anlasslos ukrainische Städte und wartet nicht auf sogenannte Provokationen. Was diesen konkreten Fall dieser Drohnen auf Moskau angeht, das sind ja nicht die ersten. Also dass hier sozusagen die Ukraine an einer großen Eskalationsschraube dreht, das wird hier nicht so gesehen. Und es ist eher so, dass man sagt, wenn man aus dieser Position herauskommen möchte, in der man jetzt ist, wo man sozusagen immer wieder Opfer von diesen Angriffswellen aus Russland wird, muss man eben auch die Organisation des russischen Staates und das Sicherheitsgefühl, das die Menschen in Russland haben, nachhaltig stören. Das ist die Überlegung dahinter. Insofern sind diese Eskalationssorgen eher etwas, was vielleicht durchaus von westlichen Regierungen gesehen wird. Aber hier in der Ukraine macht man sich darüber nicht so große Sorgen. Matthias Bölinger, vielen Dank für die Einschätzung.